Ja, hier ist Olaf. Ich bin am Ziel. Es ist Donnerstag, für mich der elfte Tag GST. Es ist 7.10 Uhr. Ich bin gestern ja doch relativ nah ans Ziel rangekommen. Bin gestern 133 Kilometer, glaube ich, und 2900 Höhenmeter gefahren. Ich habe dann hier kurz hinter der A73 noch mal mehr schlecht als recht übernachtet und heute Morgen sehr zeitig wieder weitergefahren. Die letzten 20 Kilometer waren noch mal ein echter Höllenritt. So viel Wildnis habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schlammpackung, Fußbad und Rheuma-Behandlung gab es kostenlos dazu. Der Plattenweg war fast völlig zugewachsen. Und jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich da. Freue mich. Was ein Abenteuer. Wahnsinn. Und werde jetzt erstmal ganz in Ruhe frühstücken. Ich habe noch was dabei von gestern. Und dann freue ich mich auf den Rückweg nach Hause. Danke an alle, die das hier möglich gemacht haben. Und dann bis vielleicht irgendwann.